Der Walking Dead Breaker hat jetzt gegen Schop-Effekten und bütigere Weiterstellung für folgende Personen nicht geeignet. Schwangere, Asthmatiker, Personen, die an Epilepsie laufen, Personen mit Herzbeschuldung, Personen mit sensibler Psyche. Wir übernehmen keine Haftung für lose und für losende Gegenstände. Bitte fassen Sie die Darsteller und Requisiten nicht an. Bitte wenden Sie sich bei den Problemen an unsere Darsteller oder Einlasshelfer. Sie werden dann auf kürzeste Wege aus der Attraktion geführt. Bitte beachten Sie, dass Sie in The Walking Dead Breakout gefilmt werden. Alle Räuner und Szenen werden aus Sicherheitsgründen und zur Vorbeugung von Analyse durch Nachtsicht der Weltfrau und Kameras überwacht. Oh, sorry. ... Das war's. Wow. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's. Untertitelung. BR 2018